Der deutschen Wirtschaft, der geht es hervorragend. Also ja, zumindest stimmt das, wenn man sich beide Augen und beide Ohren zuhält und einfach auch am besten gar nicht rausgeht. Aussagen von unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck, wie beispielsweise, dass Unternehmen ja nicht insolvent gehen würden, wenn sie nichts mehr verkaufen, das lassen dann eben ja doch den einen oder anderen daran zweifeln, ob die Ampelregierung wirklich auch dazu fähig ist. Unsere doch recht offensichtlich angeschlagene Wirtschaft, wenn man nämlich mal rausguckt, sieht man das, wieder auf Kurs bringen zu können. Ja, bei einem aktuellen Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent, krasser Wachstum, ist es ganz, ganz dringend notwendig. Weil sonst, ja, dann geht es massiv bergab und das werden wir alle zu spüren bekommen. Weil wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, dann haben wir beispielsweise auch weniger Jobs. Ja, weil die Firmen, die wollen sich irgendwie am Laufen halten und es geht nur, indem man Kosten spart und Personalkosten sind beispielsweise große Kosten. Es ist ein Riesenproblem, wenn eine Industrienation wie Deutschland eine schlechte Wirtschaft hat. Vor allem mit so vielen, ja, 82, 83 Millionen Einwohnern. Wie wollen wir uns denn über Wasser halten, wenn wir alle keine Jobs mehr haben? Also es wird einfach immer kritischer. Die Zeiten werden also potenziell leider immer unsicherer, auch wirtschaftlich betrachtet für die einzelnen Personen. Mit großer Sicherheit, da lässt sich zumindest mal sagen, dass derzeit leider die Unzufriedenheit in der Bevölkerung weiter zunimmt. Denn bisher wollte man sich seitens der Politik auch nicht so wirklich eingestehen, dass wir uns wirtschaftlich in einem Zug befinden, der volle Kraft auf eine Wand zurollt. Ja, ein Riesenproblem, wenn man seine Probleme nicht eingesteht. Doch allmählich gesteht sich dann immerhin mal die Regierung ein kleines bisschen Teilschuld an der Situation ein. Und man gibt auch zu, dass nicht mehr alles rosig ist. Immerhin. Doch auf der anderen Seite ist die Gesamtsituation ein gefundenes Fressen für beispielsweise Leerverkäufer, für Shorter. Auch kürzlich wurden wieder knapp 6 Milliarden US-Dollar gegen deutsche Firmen gesetzt. Darüber sprechen wir heute gemeinsam. Mein Name ist Jan Wille von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr hier aus diesen Videos, die wir kostenlos für euch produzieren, etwas mitnehmen könnt, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne etwas zurückgeben. Beispielsweise in Form eines Daumen nach oben, kurzer Kommentar. Da freuen wir uns riesig. Vielen lieben Dank an alle, die das schon tun. Ja, und nicht nur freuen wir uns, sondern es hilft uns auch eben, die Videos weiter zu verbreiten. Diese Nachricht, beispielsweise über Rohstoffaktien, aber auch über die generellen Märkte, Geopolitik und die ganzen Probleme, die wir so haben, weiter raus zu verteilen und mehr Menschen auf die Missstände aufmerksam zu machen. Die schlechten Nachrichten, die häufen sich ja leider weiter. Die Wirtschaft ist im vergangenen Quartal letzten Jahres leider nochmals weiter geschrumpft. Und auch die Prognosen für dieses Jahr, die sehen alles andere als gut aus. Und die Gründe dafür, die sind tatsächlich vielschichtig. Das inländische Wirtschaft, das inländische Wirtschaft, Wirtschaftswachstum könnte längerfristig behindert werden, denn derzeit sind viele Unternehmen eher darauf konzentriert, die aktuelle Krise überhaupt erst mal zu überstehen, zu überleben, um in zwei Jahren noch da sein zu können. Wir sehen zum Beispiel auch, dass die Nachfrage von Kreditunternehmen nach Investitionen in zum Beispiel neue Fabriken und Technologien stark zurückgehen. Klar, man muss ja erst mal die eigenen Schulden irgendwie abbauen, um die Zinsbelastung zu reduzieren, um eben neue Schulden für neue Investitionen aufnehmen zu können. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, und hinzu, hinzu kommt auch noch, dass die Unternehmen unter dem aktuellen instabilen Gewerbeimmobilienmarkt potenziell stark leiden können. Denn, um nur mal ein Beispiel zu nennen, die steigenden Zinsen der letzten Jahre, vor allem der letzten zwei Jahre, war ja ein sehr krasser Zinsanstieg, haben die Probleme insbesondere auf dem Immobilienmarkt drastisch verschärft. Und so kam es, dass zum Beispiel auch Analysten von der Investmentbank Morgan Stanley ihre Kunden ganz klar dazu aufgefordert haben, vor allem auch ihre Anleihen der Deutschen Pfandbrief Bank AG zu verkaufen, weil der Kreditgeber ganz stark am insbesondere leidenden US-Gewerbeimmobilienmarkt engagiert war, der gerade in die Grütze geht. Ihr seht also, das ganze Thema ist auch noch mal ein globales Thema, ein westliches Thema. Riesen-Probleme. Ja, und wie das so kam, ich habe es euch ja auch schon mal berichtet, ganz kurz in einer Art Eilmeldung, hat sich das auch auf den Aktienkurs der Pfandbrief Bank Aktie ausgewirkt und die ist in diesem Monat um ca. 15% gefallen. Aber auch andere deutsche Finanzinstitute in einem Bloomberg Index von dominierten Bankanleihen können deutliche Rückgänge verzeichnen. Ja, wir blenden euch hier gerade mal einen Chart ganz kurz dazu ein. Außerdem beobachten wir auch schon längeren, dass die größten deutschen Unternehmen, ja, ich brauche jetzt hier glaube ich wenig Namen nennen, ihre Produktionsstätten auch immer weiter ins Ausland verlagern, weil sie dort beispielsweise billiger produzieren können. Nur mal die Stromkosten als Beispiel genommen. Langfristig ist das für den Standort Deutschland absolut unklug. Tja, aber ich kann es ja verstehen. Denn die Unterstützung der Wirtschaft in unserem eigenen Land lässt, ehrlich gesagt, mehr als zu wünschen übrig. Gleichzeitig werden auch immer mehr Arbeitsstellen, gerade von diesen Unternehmen, von den großen Unternehmen hier in Deutschland gestrichen. Und darunter befinden sich auch große Namen, ja, einfach mal um welche zu nennen jetzt doch. Im zum Beispiel Immobiliensektor haben wir Volkswagen oder auch Bosch. Tja, aber trotzdem klettert der DAX, der deutsche Aktienindex, fröhlich am Allzeithoch. Und es ist ja auch alles total in Ordnung und wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Und das zeigt einfach die Börse. Die Börse zeigt einfach, dass es uns so gut geht wie nie zuvor, dass die Kurse auch so hoch sind wie nie zuvor. Ja. Deutschland ist wirklich in Schwierigkeiten. Das sagt auf der anderen Seite der Fondsmanager Brian Mangvio. Alle großen produzierenden Volkswirtschaften verlangsamen sich, aber in Deutschland wird dies durch höhere Energiekosten verstärkt. Auch im Automobilsektor gibt es Herausforderungen und die Konkurrenz kommt aus China. Das sagt ein Analyst aus dem Ausland über Deutschland. Ja, bei uns sieht es halt eben besonders schlecht aus. Und Herausforderungen konnten wir eben die vergangenen insbesondere mal zwei Jahre in vielerlei Hinsichten sehen. Deutschland ist einer der am stärksten belasteten Märkte in ganz Europa. Wir hatten die Inflation, steigende Energie- und Gaspreise, immer schlechtere Investitionskennzahlen und auch einen deutlichen Liquiditätsdruck bei den Firmen. Und erst im letzten Jahr konnten wir erstmalig seit Langem auch ein negatives Wirtschaftswachstum verzeichnen. Und die Prognosen, das habe ich vorher schon gesagt, für dieses Jahr, sind kein Stück besser. Negative Prognosen zu der deutschen Wirtschaft kommen übrigens auch, wie gesagt, zunehmend aus dem Ausland. Denn Gruppen wie beispielsweise Queb Research, die wetten mit Leerverkäufen auf einen Abbau der deutschen Wirtschaft. Mit knapp 6 Milliarden Euro, also 5,7 Milliarden Euro, um mal ganz genau zu sein, auf einen weiteren Wertverlust von beispielsweise Unternehmen wie Volkswagen oder eben auch der Deutschen Bank. Ja, indem sie eben eine sehr, sehr starke, sehr große Short-Position beziehen. Und das ist eben etwas, was nicht gerade positiv ist. Jetzt würde mich aber interessieren, das Ausland sagt das eine, was sagt denn ihr? Ja, seid ihr ebenfalls skeptisch darüber, ob wir diesen Wandel schaffen? Glaubt ihr, wir werden hier in den nächsten Jahren überhaupt irgendwie wieder Fahrt aufnehmen? Ich bin gespannt, lasst es uns sehr gerne wissen. Vielleicht kennt ihr auch Leute aus dem Ausland und fragt die einfach mal, was die zu der deutschen Lage so sagen. Vielleicht bekommen die ja etwas mit. Was wir zumindest mal mitbekommen, wir sind ja auch viel international unterwegs. Unsere Kunden sind vor allem eben in Kanada und Australien. Und wir merken, dass auch dort im Ausland immer weniger Action ist. Und Wolfgang Seibold, unser CEO, der auch hin und wieder hier auf dem Kanal zu Besuch ist, der sagt daher wohl auch zu Recht, dass er sich tatsächlich stark an das Jahr 2008 erinnert führt. Die Indizes, die zeigen an den Börsen ganz andere Zahlen, als die Realität eigentlich widerspiegelt. Blasen bilden sich und das Ganze verheißt auf jeden Fall nichts Gutes. Ob wir wieder so einen riesen Crash bekommen, das ist das eine. Aber eine zunehmend starke wirtschaftliche Turbulenz, die steht in jedem Fall vor uns. Interessanterweise, und das möchte ich euch zum Schluss natürlich auch nochmal mitteilen und nicht vorenthalten, einfach falls interessant finde, ja, und ihr sicherlich auch, ist laut unserem Wirtschaftsminister oder laut dem Wirtschaftsminister Robert Habeck die größte Herausforderung für unsere Wirtschaft der Fachkräftemangel. Und ich wollte mir hier ganz ehrlich einen Kommentar eigentlich verkneifen. Aber eigentlich muss ich diese Dinge ja beim Namen nennen. Ich war jetzt der Auffassung, man erkläre uns ja immer wieder, dass wir hunderttausende Fachkräfte in das Land reingeholt haben. Jetzt sind die Menschen da und laut unserem Wirtschaftsminister sind Fachkräfte unser größtes Problem. Nach wie vor. Hä? Hä? Also nochmal, nichts erstmal per se gegen die eingewanderten Menschen. Vor allem nicht gegen den Mensch an sich. Das möchte ich hier nochmal ganz, ganz klar herausstellen. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe nichts gegen Menschen. Aber mir geht es einfach darum, dass die Aussagen unserer eigenen Regierung einfach 0,0 zusammenpassen. Das merkt man mittlerweile an jeder Ecke und das wirft einfach Fragen auf. Fragen an die Glaubwürdigkeit. Das ist alles, was ich hier mache. Ich möchte nichts in irgendeiner Ecke drängen. Ich möchte es einfach mal hinterfragen und ansprechen. Soweit, so gut. Jetzt aber schreibt ihr mir doch sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu seht. Glaubt ihr, die Regierung wird das Ganze schon wieder hinbekommen? Glaubt ihr, das Ganze wird wieder auf Kurs gebracht? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hier wieder. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020